Herzlich Willkommen zur Mona Lisa Charity Veranstaltung. Liebe Grüße, die Doris. Frau Schiederscheidt und Jugo Jung, schön, dass Sie alle so teilreich erschienen sind, weil wir versteigern ja heute die Mona Lisa und noch zwei weitere Überraschungen zugunsten der kleinen Riesen Nordhessen. Und bevor wir jetzt anfangen mit dem Dr. Völker, der uns jetzt über die wichtige Arbeit für die kleinen Riesen Nordhessen berichten wird, finde ich, da der Hans gestern Geburtstag hat und... Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Hans! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Vielen Dank! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Kinderarzt und leitet das ambulante Kinder-Palliativ-Team. Das ist ein Team aus vier Kinderärzten, sechs Kinderkrankenpflegenden und wir sind im gesamten Regierungsbezirk Kassel unterwegs und betreuen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsenen, um deren Versterben. Und wenn Sie sich vorstellen, wo würden Sie denn gerne sein wollen, wenn Sie ein schwerkrankes oder sterbendes Kind haben, dann möchten Sie gerne zu Hause sein. Das ist unser Hauptpunkt... Ich war jetzt dabei, wo sie es angelernt hat und es... Also es ist so toll und jeder kann einfach so ein Kunstwerk kreieren. Und jetzt fangen wir doch mal an. Die Andrea Hebestreich, die Frau vom Hans, wird jetzt rumgehen, wird die Gelder einsammeln und der Startpreis ist 10 Euro. Wer hat Lust für 10 Euro mit Lubo-Jungen zu malen? Hier und alles andere, was... Jetzt kommt sie... Also wenn jetzt jemand bei dir malen kann, gibt es das natürlich... Ja, das ist Ehrensatz. Also wer mich kennt, der weiß, dass immer was will. Das ist immer was. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch viel Spaß beim... Beim Steigen. Mega genial. Hans ist so liebevoll in seiner Anleitung und es ist genau dasselbe wie bei Lobo. Deswegen passen die beiden auch so gut zusammen in der Ausstellung, weil sie geben sich so viel Mühe. Man muss keinerlei vor. Oh, da ist sie. Ja, 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 ja. Ein bisschen Fremde erhalten. So geht's ja. Und dann ist es, wenn sie wieder. People were wild, we found our women, my lonely child. She was so shy, she was so wild, a peaceful night, babe, and the things ran wild. Her hair was dark, and my hand was blue, and I felt like I was.